Die Sendung wurde live untertitelt. Daniel ist dein Schwiegersohn. Pick us up at the underground parking at midnight. What's up with her? Was denn das? Oh shit. Das ist der Typ, der Nadra heiraten wird. Ich habe mich für alles frei entschieden. So wie es von mir erwartet wurde. Bei dir ist alles vorgegeben. Aber in deinem Käfig kannst du machen, was du willst. Also, wer von uns beiden ist freier? Ja. 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 Ja.